Veslake ist ein ehemaliger Hersteller von Automobilmotoren und beliefert heute die Luftfahrtindustrie mit speziellen Dieselmotoren für Leichtflugzeuge. Zylinderköpfe für die Automobilindustrie Veslake Research & Development wurde Mitte der 1950er Jahre von Harry Veslake gegründet. Das Unternehmen produzierte vorerst Zylinderköpfe und arbeitete eng mit Jaguar Cars zusammen. Veslake lieferte Aluminiumzylinderköpfe für den Osten E-100S Rennsportwagen. Bis in die frühen 1970er Jahre kamen Veslake Zylinderköpfe in fast allen V12-Motoren von Jaguar zum Einsatz. Rennmotoren Den ersten Rennmotor baute Veslake 1958 für Van Wall, einen Vierzylinder-Rennmotor für den erfolgreichen Formel-1-Rennwagen. Mit diesem Motor gewann das britische Team den ersten Konstrukteurs-Pokal der Formel-1-Geschichte. 1966 entwickelte Veslake einen V12-Motor für den Eagle T1 G des A-Eagle-Teams von Dengoni. Veslake baute den Motor nach dem ab 1966 in der Formel-1-Geltenden 3-Liter-Motoren-Reglement. Der 3-Liter-Zwölfzylinder-Motor mit vier obenliegenden Nockenwellen war sehr kurz und leicht und hatte vier Ventile pro Zylinder, die in einem engen Winkel zusammenstanden. Der Motor, der von Veslake als Type 3000 oder Veslake 58 bezeichnet wurde, hatte ursprünglich 271 Kilowatt. Die Zahnradprobleme, die beim Debüt in Monza erstmals auftraten, konnten auch später nicht ganz gelöst werden. Der Motor hatte aber genügend Leistung, allerdings war die Produktion nie auf eine Serie ausgerichtet und jeder war ein Unikat. Das Team hatte immer mit der unterschiedlichen Motorleistung der Triebwerke zu kämpfen und kaum ein Teil ließ sich von Motor zu Motor tauschen. Erst als Goni Motorenbau und Instandhaltung in die eigene Fabrik übernahm, wurden die Probleme behoben. Als Beispiel für die unterschiedliche Leistung der Triebwerke dienen Zahlen vom großen Preis von Monaco 1967. Wo der Motor von den Gunnies Igel 417 PS leistete, der seines Teamkollegen Richie Ginn war aber nur 411. Igel siegte mit dem Veslake-Motor zweimal bei Formel 1 Rennen, wobei der große Preis von Belgien zur Weltmeisterschaft der Saison 1967 zählte. 1973 kam eine überarbeitete Version dieses Motors im Mirage M6 zum Einsatz. Das Projekt wurde jedoch nach ersten Testfahrten wieder aufgegeben. Auch die Ford V8-Motoren der GT40 von John Wyre 1968 und 1969 hatten Goni Veslake Zylinderköpfe. Die britische Rennmannschaft von Wyre gewann damit in beiden Jahren das 24-Stunden-Rennen von Lehmanns. Die gute Verbindung zu Ford führte in den 1970er Jahren zum Konzept des S2600-Motor im Ford Capri. Zu dieser Zeit baute Veslake auch Motoren für Speedway-Motorräder. Veslake heute. Nach dem Tod von Harry Veslake 1978 wurde das Unternehmen in zwei Teile aufgeteilt. Sein Stiefsohn Daniel baut Motoren für Kleinflugzeuge und sein Enkel Dean kümmert sich bei Veslake Heritage um den Service für ältere Veslake-Motoren. Veslake